Wir sind die grösste Bäckerei in der Schweiz. Wir als Coop Bäckerei in Schafisheim gehören zur Coop Gruppe und produzieren für die ganze Schweiz die Backwaren. Darunter enthalten sind die ganzen Brote, Konditoreiartikel, Bähen und Kuchen. Für Backwaren müssen wir darauf bedacht sein, dass wir immer eine gleichbleibende, hohe Qualität unserem Kunden bieten können. Das ist das, was er erwartet und auch der Grund, weswegen er Coop wählt als einen Detailhändler. Das Kerngeschäft der Firma Erne Engineering sind komplette Automatisierungslösungen, unter anderem mit der Integration von Robotik. Robotik haben wir sehr viel Stäubli im Einsatz und auch in verschiedenen Branchen. Sei es medizinal, Lebensmittelindustrie, Automobilindustrie, wo wir dann mit unserem Partner Stäubli eine grosse Vielfalt von Automatisierungslösungen anbieten können. Der Brotschneideprozess war bis zum Projekt mit Erne Engineering ein manueller Prozess. Der Arbeitsplatz ist ergonomisch nicht optimal gestaltet. Für die Mitarbeiter war es eine Arbeit, die eher beschwerlich ist. Die Herausforderung vom Projekt war eigentlich, wie kann man die Teiglinge einschneiden oder wie erkenne ich die Teiglinge. Mit einem 3D-Laserscanner erkennen wir die Teiglinge und können dann mit einem Ultraschallmesser die Teiglinge präzise schneiden. Somit haben wir gemeinsam mit Stäubli einen Sechsachsroboter, einen TX90 ausgewählt, der die Flexibilität hat, bei dieser Anwendung in Einsatz zu kommen. Die hohe Leistung von den 17.000 Schnitten erfordert auch eine hohe Qualität. Die Qualität kann durch die genauen Punktewolken, durch die Schalemodelle, sehr genau den Roboter übermittelt werden. Es ist ein automatischer Reinigungsprozess integriert, wo die speziell beschichteten Messern aus Titan gereinigt werden. Die Mitarbeiter in der Bäckerei sind flexibel und können Produkte selber neu einteachen. Die Anlage ist modular erweiterbar. Das heisst, man kann auch fünf oder sechs Roboter reinpacken in eine Anlage und kann so mehrere Schnitte machen. Mit diesem Projekt konnten wir diesen Arbeitsplatz automatisieren. Das heisst, wir haben für den Mitarbeiter ein optimaleres Umfeld geschaffen. Auf engstem Raum haben wir zusammen mit Erne und Stäubli eine tolle Arbeitsumgebung geschaffen, die uns maximale Flexibilität erlaubt. Die Mitarbeiter in der Bäckerei sind hohe Leitungen mit dem infantinoalen Erne und Coimbek. Das heisst, wir sind immer noch nicht in der Bäckerei. Im großen Raum haben wir zusammengefasst. In der Bäckerei ist eine verschiedene Arbeitsplätze für die Schlaufe. Vielen Dank.